Hey, wie schön, dass du hier bist. Heute gibt es mal wieder ein Video, Yoga für absolute Anfänger. Das bedeutet, wir machen einfache Übungen, die aber nicht weniger wirkungsvoll sind und die auch hier und da mal ein bisschen anstrengend sein können. Im Yoga geht es ja vor allem darum, den Geist zu beruhigen, also aus dem Grübeln rauszukommen und dem Lärm, dem Chaos, den Reizen im Außen mit einer gewissen inneren Ruhe und einer Gelassenheit zu begegnen. Und das üben wir, indem wir den Körper achtsam bewegen, immer wieder genau hinspüren und tief atmen. So starten wir auch gleich am Anfang im Liegen mit einer Atemübung. Danach wird es etwas aktiver. Wir werden unsere Wirbelsäule in verschiedenen Haltungen und in kleinen Flows in alle möglichen Richtungen bewegen. Ganz am Ende gibt es auch noch eine Schlussentspannung und wenn du eine Decke parat hast, dann kannst du dir die gerne schon mal hinlegen oder auch ein Kissen und dann habe ich jetzt wirklich genug geredet. Lass uns nun starten. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen. Komm in die Rückenlage. Nimm die Füße ein ganzes Stück auseinander und lass die Zehen locker nach außen fallen. Leg die Hände auf den unteren Bauch und schau, dass die Ellbogen bequem am Boden liegen und sich die Schulterblätter satt auf der Matte ausbreiten und gut entspannen können. Und schließ deine Augen und nimm hier zunächst ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. Lass alles, was war, nun hinter dir. Entspanne deinen Kiefer, entspanne die Stirn, lass die Gesichtszüge ganz weich werden. Gib mit jedem Ausatmen etwas mehr Anspannung ab und erlaube dem Körper, sich fallen zu lassen und sich zu entspannen. Dann richte die Aufmerksamkeit nun zu deinen Händen. Atme etwas tiefer ein als gewöhnlich und spür, wie sich der Bauch in die Hände ausdehnt. Atme etwas länger aus als gewöhnlich und nimm wahr, wie der ganze Körper noch tiefer und gelöster in die Unterlage sinkt. Einatmen, weite und Ausdehnung wahrnehmend. Ausatmen, lass alles los, entspanne. Tief einatmen. Lang ausatmen. Wir fügen eine kleine Bewegung hinzu. Atme in den Bauch ein. Atme aus und roll den Kopf sanft auf die rechte Seite, wie eine richtig schwere Kugel. Einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, nach links, ohne Eile. Einatmen, einatmen, Mitte. Aus, nach rechts. Ein, Mitte. Aus, nach links. Ein, zurück in die Mitte. Und dann bleibe wieder hier, lass den Atem frei fließen und beginne dich zu bewegen. Vielleicht magst du die Finger ineinander verschränken. Und die Arme lang nach hinten strecken, die Beine schließen und dich richtig lang machen, räkeln. Vielleicht gähnen, seufzen. Und dann stell deine Füße auf, dreh dich auf eine Seite und stütz dich über die Seite langsam nach oben. Komm auf alle Viere. Und falls es dir angenehmer ist, leg dir gerne eine gefaltete Decke unter die Knie. Deine Knie sind unter den Hüftgelenken ausgerichtet, die Hände unter den Schultern. Spreiz die Finger schön weit, drück die Hände satt in den Boden. Und dann verbinden wir auch hier Atem und Bewegung, um die Wirbelsäule zu mobilisieren. Einatmend, heb das Brustbein sanft nach vorn, mach ein leichtes Hohlkreuz. Ausatmend, mach den Rücken ganz rund, lass den Kopf frei nach unten baumeln. Ein paar Mal so. Einatmen, heb das Herz, den Blick, zieh die Schultern sanft zurück. Ausatmend, roll dein Becken ein, mach dich rund, Stirn und Schambein ziehen zueinander. Einatmen. Und ausatmen, drück die Erde von dir weg. Ein letztes Mal ein und aus. Dann gib den Atem wieder frei, komm in die neutrale Ausrichtung. Stell deine Zehen auf und setz dich mit aufrechtem Oberkörper auf die Fersen. Leg die Handgelenke aneinander. Und dann kreise ein paar Mal durch die Gelenke. Versuch den Kontakt der Handgelenke immer zu halten. Dann wechsel die Richtung. Sehr schön. Komm zurück auf Hände und Knie. Streck das rechte Bein lang nach hinten. Zieh ihn aufgestellt. Die Ferse schiebt raus. Und verlagert das Gewicht etwas vor und zurück. Und dann wechsel schon die Seite, linkes Bein nach hinten. Die Kniekehle weit öffnen. Gewicht vor und zurück. Kommen wieder in den Vierfüßlerstand. Streck nochmal das rechte Bein nach hinten. Achte drauf, dass die Schultern wirklich über den Handgelenken ausgerichtet sind. Nicht davor, nicht dahinter. Und dann drück die Hände kräftig in die Matte. Mach den unteren Bauch fest, indem du dein Steißbein Richtung Boden ziehst. Und dann stell den linken Fuß neben dem rechten auf, um in die Stützposition zu kommen. Das Brett. Spann die Oberschenkel an. Der Bauch fest, die Schultern stark. Atme hier ein. Atme hier aus. Spür die Kraft in deinem Körper. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen. Drück dich raus. Letztes Mal. Einatmen. Und dann schieb mit der Aussatmung den Po nach hinten oben Richtung Himmel. Beug gern die Knie hier etwas an, um den Rücken gut zu strecken. Du schiebst das ganze Körpergewicht nach hinten oben und spürst wahrscheinlich jetzt die Schultermuskeln, aber auch eine Dehnung in den beiden Rückseiten, hier im herabschauenden Hund. Lass den Kopf locker nach unten hängen, den Nacken ganz frei. Zieh die Schultern weg von den Ohren und räkel die Sitzbeinhöcker richtig hoch. Atme hier noch zweimal tief ein in die Länge der Wirbelsäule. Atme lang aus. Lass die Schultern ein kleines bisschen weicher werden. Einatmen. Nochmal die Sitzbeinhöcker höher. Ausatmen. Kopf und Nacken entspannt. Die Hände kräftig in den Boden drücken. Sehr gut. Dann beug die Knie nun etwas mehr an. Lauf in kleinen Schritten nach vorn zu den Händen und komm dort in einen hüftweiten Stand, gern die Knie gebeugt. Greif deine Arme. Lass dich ganz locker hängen. Der Rücken rund. Der Kopf entspannt. Atme in den Bauch ein. Atme vollständig aus. Gib alle Anspannung ab. Dann löse die Hände, setz sie an deine Schienbeine oder an die Oberschenkel. Und mit der nächsten Einatmung streck den Rücken parallel zum Boden. Bleibe hier. Atme weiter. Das ist die halbe Vorbeuge. Zieh dafür die Schultern nach hinten. Und stell dir vor, du wolltest in ein leichtes Hohlkreuz gehen, wie vorher im Vierfüßler. Knie gern etwas gebeugt. Atme hier nochmal ein. Und mit der Ausatmung tauch wieder nach unten ab. Mach den Rücken rund. Vielleicht kannst du die Hände oder Fingerspitzen am Boden absetzen. Noch zweimal. Einatmen. Hände an die Beine. Streck den Rücken. Brustbein zieht nach vorn. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Neig dich über die Beine. Entspann deinen Kopf. Tief einatmen. Nochmal Wirbelsäule strecken. Kraft im Rücken spüren. Ausatmen. Lass dich weich und schwer in die Vorbeuge hinein sinken. Dann beug die Knie mehr. Streck wieder den Rücken. Arme jetzt zu den Seiten. Richte dich einatmend auf. Heb die Arme über den Kopf. Und dann zieh mit der Ausatmung die Hände vor die Brust in die Berghaltung. Atme ein. Heb die Arme über die Seiten wieder nach oben. Schau nach oben, wie die Hände sich berühren. Ausatmen. Zieh die Hände vors Herz. Lass dir Zeit. Noch ein Atemzyklus. Einatmen. Die Arme steigen. Nimm den Blick mit. Ausatmen. Sammel die Hände vom Herzen. Wir gehen weiter. Einatmen. Arme über die Seite nach oben. Ausatmen. Nimm die Hände über die Körpermitte nach unten. Tauch wieder ab. Ganze Vorbeuge. Fingerspitzen am Boden. Kopf entspannt. Einatmen. Hände an die Beine. Hebt das Brustbein nach vorn. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Fließ nach unten in die ganze Vorbeuge. Lass los. Knie mehr beugen. Mit gestrecktem Rücken einatmend aufrichten. Arme über den Kopfblick heben. Ausatmen. Ausatmen. Hände zum Herzen. Letzte Runde so. Einatmen. Hebt die Arme. Schau nach oben. Ausatmen. Hände über die Mittelachse. Tauch ab in die ganze Vorbeuge. Entspann den Kopf. Einatmen. Letztes Mal halbe Vorbeuge. Das Herz ganz weit. Schultern zurück. Ausatmen. Weich und schwer nach unten sinken. Einatmend aufrichten. Ausatmen. Sammel die Hände vor der Brust. Wir gehen weiter. Einatmen. Hebt die Arme nach oben. Schau nach oben. Ausatmen. Die Hände zum Boden. ganze Vorbeuge. Einatmen. Streck den Rücken. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Entspann dich in die ganze Vorbeuge. Fingerspitzen am Boden. Achtung. Einatmen. Setz nun den rechten Fuß richtig weit nach hinten. Ganz großer Schritt. Die Füße stehen wie auf zwei Gleisen. Dann bleibe hier. Atme weiter. Die hintere Ferse ist in der Luft. Du verlagerst das Gewicht gleichmäßig auf beide Füße. Ganz starke Beine. Ein starker Bauch. Und wenn du so weit bist, dann richte den Oberkörper auf und streck die Arme nach oben. Erlass dir Zeit, um die Balance zu finden. Und wenn du sie hast, dann zieh dein Schambein sanft Richtung Brust und heb den Brustkopf von allen Seiten an. Die Handflächen schauen sich an und die Daumen ziehen nach hinten. Und dann nimm hier in dieser Kriegerinnen-Position noch drei tiefe Atemzüge ohne Eile durch die Nase ein und aus. Und entspann mit jedem Ausatmen das Gesicht und die Schultern etwas mehr. Und dann verlagere das Gewicht mehr in den vorderen Fuß. Nimm ein bisschen Schwung und probiere ohne abzusetzen oder die Arme zu senken, das rechte Knie zur Brust zu ziehen und sammel dich dort. Finde die Balance. Dreh den Oberkörper dann nach rechts. Greif mit der linken Hand das rechte Knie und streck den rechten Arm nach hinten. Bleib hier in dieser vielleicht wackeligen Drehung noch für ein paar ruhige Atemzüge. Und wenn es heute gut um dein Gleichgewicht bestellt ist, dann nimm gern den Blick mit zur rechten Hand. Streck mit der nächsten Einatmung die Arme wieder hoch, dreh dich zurück nach vorn. Und mit einer langsamen Ausatmung stell den rechten Fuß achtsam wieder ab, lass die Arme sinken und widersteh dem Drang, dich zu bewegen. Schließ ganz einfach für einen Moment die Augen und spüre nach. Bemerke den Unterschied zwischen der linken und der rechten Körperhälfte und gib dir Zeit, dass sich alles wieder ausbalanciert. Und dann mach deine Augen wieder auf. Atme ein, heb die Arme, schau nach oben. Ausatmen, die Hände zum Boden in die ganze Vorbeuge. Einatmen, streck den Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, entspann dich nochmal in die ganze Vorbeuge, die Fingerspitzen am Boden. Achtung, einatmen, setz nun den linken Fuß richtig weit nach hinten. Riesiger Schritt. Die Füße wieder wie auf zwei Gleisen und du bleibst hier, atmest weiter. Verlage bewusstes Gewicht gleichmäßig auf beide Füße, spann die Beinmuskulatur an, die Bauchmuskulatur. Und wenn du soweit bist, dann richte den Oberkörper auf und streck die Arme nach oben. Dann lass dir ruhig Zeit, um dich zu sammeln. Und zieh dann dein Schambein sanft nach oben Richtung Brust. Und heb den Brustkorb von allen Seiten an. Die Handflächen schauen sich an und die Daumen ziehen nach hinten. Nimm hier noch drei tiefe Atemzüge ohne Eile durch die Nase ein und aus. Entspann mit jedem Ausatmen das Gesicht und die Schultern etwas mehr. Dann verlagere das Gewicht mehr in den vorderen Fuß. Nimm ein bisschen Schwung und probiere ohne abzusetzen oder die Arme zu senken, das linke Knie zur Brust zu ziehen. Sammel dich dort. Finde das Gleichgewicht. Und dreh dann den Oberkörper mehr nach links. Greif mit der rechten Hand das linke Knie und streck den linken Arm nach hinten. Bleib hier noch für ein paar ruhige Atemzüge. Entspann den Kiefer. Und vielleicht nimmst du sogar den Blick mit zur linken Hand. Und dann streck mit der nächsten Einatmung die Arme wieder hoch. Dreh dich zurück nach vorn. Und mit einer langsamen Ausatmung stell den linken Fuß achtsam wieder ab. Lass die Arme sinken und widerstehe dem Drang, dich zu bewegen. Schließ für einen Moment die Augen und lass die Bewegungen auf dich wirken. Beobachte, was sich verändert hat. Und dann öffne wieder die Augen. Schnapp dir jetzt deine gefaltete Decke oder dein Kissen und setz dich auf den Boden. Ja, mit dem Kissen wollen wir vermeiden, dass der Rücken rund wird. Vielleicht brauchst du das aber auch nicht, beides ist okay. Wir üben nun die Stockhaltung, Ausgangsposition für viele sitzende Haltungen. Also setz dich auf den vorderen Rand deines Kissens und streck deine Beine lang nach vorn. Vielleicht magst du auch nochmal das Sitzfleisch nach hinten rausziehen. Dann zieh die Zehen zum Kopf und schieb die Fersen zum matten Anfang. Die Kniescheiben ziehen Richtung Oberschenkel. Setz die Fingerspitzen neben dir oder für die mildere Variante hinter dir auf und streck den Rücken, ohne dich dabei zurückzulehnen. Stell dir vor, wie ein goldener Faden an deinem Scheitel befestigt ist und eine helfende Hand dich hier aufrichtet. Die Schultern fließen nach hinten unten und der Atem strömt gleichmäßig und tief durch die Nase ein und aus. Mit jedem Einatmen wächst du nach oben. Mit jedem Ausatmen lässt du das Becken schwer nach unten sinken. Einatmen und ausatmen. Gesicht entspannt, Schultern weich. Für eine mildere Variante kannst du auch gern die Füße aufstellen. Für eine intensivere Variante nimm gern für die letzten Atemzüge die Arme nach oben, streck dich lang. Dein Brustkorb wie ein Luftballon, der vom Becken weg nach oben fliegt. Einatmen, streck die Wirbelsäule mehr, die Arme, die Daumen ziehen sanft zurück. Ausatmen, Gesichtszüge entspannt, Becken schwer, Beine und Füße aktiv. Noch ein letzter Atemzug hier ein, wachse noch eine Idee höher. Und dann lass mit der Ausatmung die Arme sinken, setz die Hände hinter dir ab, stell die Füße mattenweit auf. Und lass die Knie für einen Moment nach rechts und links gleiten. Und dann kommen wir zu unserer zweiten sitzenden Haltung der Kopf-Knie-Position. Schau, dass du wieder auf der vorderen Kissenkante sitzt, stell den rechten Fuß auf, streck das linke Bein aus. Der linker Fuß, linkes Bein sind ganz aktiv und das rechte Knie lässt du einfach nach außen fallen. Und wenn es unangenehm ist, dass das Knie so in der Luft hängt, dann leg dir dort gerne ein zweites Kissen unter. Okay, streck den Rücken und dreh den Oberkörper schon mal etwas mehr Richtung linkes Bein. Atme ein, heb die Arme, streck dich. Atme aus, neig dich so gut es geht etwas nach vorn, halte hier. Einatmen, schieb das Brustbein noch etwas mehr nach vorne, oben, Körpervorderseite wird lang. Ausatmen, etwas tiefer gehen, kannst die Arme jetzt sinken lassen und gern die Augen schließen. Tief weiter atmen. Du spürst die Haltung jetzt wahrscheinlich in der linken Beinrückseite, aber auch im unteren Rücken, vielleicht in der rechten Hüfte. Nun atme noch etwa fünfmal in den Bauch ein und aus und hab das Gefühl, dass du mit jedem Einatmen etwas an Länge gewinnst und dass du mit jedem Ausatmen etwas tiefer in die Haltung eintauchst, ist von außen vielleicht gar nicht sichtbar. Einatmen, Länge. Ausatmen, Tiefe. Entspann den Bauch, das Gesicht. Ausatmen, die Schultern. Ein letzter Atemzug noch ein und aus. Und dann richte dich langsam wieder auf und wechsel die Seite. Stell den linken Fuß auf, streck das rechte Bein aus. Rechter Fuß, rechtes Bein ganz aktiv. Und das linke Knie fällt nach außen, wird vielleicht unterstützt durch ein Kissen. Streck den Rücken und dreh den Oberkörper schon mal mehr Richtung rechtes Bein. Atme ein, heb die Arme. Atme aus. Neig dich so gut, dass du mit gestrecktem Rücken nach vorn. Und dann halte hier. Einatmen. Schieb das Brustbein nach vorne oben. Ausatmen, etwas tiefer gehen. Lass die Arme nun sinken und schließ gern die Augen. Du spürst die Haltung jetzt wahrscheinlich in der rechten Beinrückseite, im unteren Rücken, vielleicht auch in der linken Hüfte. Und finde hier Ruhe, atme ein paar Mal noch in den Bauch ein und aus und hab das Gefühl, dass du einatmend nach vorn hin ganz weit wirst und ausatmend etwas tiefer in die Haltung eintauchst. Entspann den Bauch, entspanne deinen Kiefer und nimm noch einen letzten Atemzug hier ein und aus. Und dann richte dich langsam wieder auf. Nimm das Kissen beiseite. Setz dich auf die Mitte deiner Matte. Stell die Füße vor dir auf, greif die Beinrückseite und roll dich langsam ab. Wir üben noch eine letzte Haltung in der Rückenlage. Die Schulterbrücke nun zum Ausgleich. Eine Rückbeuge als Ausgleich für die Vorbeugen. Dafür stell die Füße nun hüftweit vorm Gesäß auf, leg die Arme neben dem Becken ab, Handflächen zeigen nach unten. Dann drück den unteren Rücken gut in den Boden und heb das Becken so hoch du kannst. Sehr gut, bleibe hier und atme. Drück vor allem die Fersen gut in den Boden, heb das Brustbein sanft zum Kinn und das Kinn minimal Richtung Himmel. Und dann atme hier tief ein und lang aus. Noch dreimal ein und aus. Ein und aus. Einatmen, komm, noch eine Idee höher. Und dann leg dich ausatmend ab. Bring die Füße mattenweit auseinander. Lass die Knie zusammenfallen. Leg die Hände wieder ganz bequem auf deinen Bauch. Und schließ die Augen und spüre nach. Erlaubt, dem unteren Rücken und auch den Schultern wieder ganz weich zu werden. Dann schau für diese letzten Momente nochmal, dass dein Nacken lang ist. Zieh dafür gern das Kinn sanft zur Brust. Die Schulterblätter dürfen sich weit ausbreiten. Vielleicht magst du auch die Arme ein Stück neben dem Körper ablegen. Die Handflächen nach oben öffnen. Der Kiefer darf sich entspannen. Das Gesäß ganz locker. Dann genieße diese Minuten des Nachwirkens, des Verdauens am Ende jeder Yoga-Praxis. Erlaube, dem ganzen Körper wieder weich und schwer zu werden. Lass dich treiben. Noch für ein paar Momente in Stille. Dann genieße diese Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt magst du den Kopf von links nach rechts rollen und dann räkel dich, streck dich, gähne, seufze und tue das, was du brauchst, um dich wieder zu beleben. Nun dreh dich nochmal auf eine Seite und komm von dort in deiner Zeit zurück nach oben. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und hoffe, es geht dir richtig gut. Namaste. Tschüss. 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 Tschüss.